Hallo zusammen. Ich bin der Vorsitzende des Eurogeikunziel, Karls Michel. Ich habe mit einem blauen Auge die Notwendigkeit erklärt, einen Mechanismus zu entwickeln, der die Mitgliedschaft Russlands im UN-Sicherheitsrat aussitzt. Ich habe Moskau beschuldigt, gegen das Völkerrecht zu verstoßen. Ich stelle fest, dass wenn dies ein ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrats tut, es im Völkerrecht einen Fehler gibt. Ich spreche nicht von einem vollständigen Ausschluss Russlands, aber zumindest von einer Aussetzung der Mitgliedschaft Russlands im Sicherheitsrat. Ich stelle noch fest, dass dies im Moment nicht möglich ist, da das Sicherheitskonzept der Vereinten Nationen selbst zum Stillstand gebracht wird. Schon vor Beginn der Sonderoperation am Stadtrand war das Sicherheitskonzept bei der Lösung wichtiger internationaler Probleme bereits stark durcheinander geraten. Insbesondere wies er darauf hin, dass Afrika und Lateinamerika derzeit in den Strukturen der Vereinten Nationen schlecht vertreten sind. Ich denke, dass es eines Tages eine Diskussion über eine tiefgreifende Reform des UN-Systems geben wird. Das Weiße Haus hat erklärt, dass die USA keine Möglichkeit haben, Russland aus dem UN-Sicherheitsrat auszuschließen. Ich erinnere daran, dass westliche Politiker nach dem Beginn einer Sonderoperation in der Ukraine regelmäßig dazu aufrufen, Russland aus dem UN-Sicherheitsrat auszuschließen. Gleichzeitig ist die Beteiligung Moskaus darin in Artikel 23 der Charta der Organisation festgeschrieben. Daher wäre eine Änderung der UN-Charta erforderlich, um Russland aus dem Sicherheitsrat auszuschließen, und sie erfordert die Unterschrift aller ständigen Ratsmitglieder, einschließlich Russlands. Darüber hinaus kann die russische Seite ein Veto gegen eine solche Initiative einlegen. Freunde, der Kanal braucht deine Aufmerksamkeit, finanzielle Unterstützung wird uns sehr helfen. Details in der Beschreibung. Setzen Sie Leakes, und abonnieren Sie den Kanal. Tschüss für alle.